Was geht ab Leute? Ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt. Ihr seht es schon im Hintergrund, neuer Fast & Furious Trailer ist da, beziehungsweise der erste. Das hier ist ja ein Spin-Off, das heißt, das hat jetzt, ähm, sag ich mal, nichts mit der Hauptsaga zu tun, sondern ist quasi eine Nebenstory, die ja zusätzlich dazugekommen ist. Und ihr könnt schon sehen, Hobbs & Shaw, das heißt The Rock und Jason Statham, deren eigener Film von Fast & Furious, Digga, wie geil ist das? Also ich hab mich so gefreut auf den Film und endlich ist der erste Trailer da. Und ich dachte mir, diesen Moment muss ich mit euch gemeinsam teilen. Ihr wisst ja alle, was ich für ein riesen Fast & Furious Fan bin. Wirklich seit Tag 1, wie ich damit groß geworden bin mit dem Film. Einfach nur geil, Mann. Und ja, wir werden uns das jetzt gemeinsam anschauen, sozusagen von Universal Pictures Germany. Und ich bin gespannt, was uns jetzt erwarten wird, Digga, wie geil das einfach ist. Leute, das freut mich gerade einfach nur abnormal. Ich hab riesen Bock darauf, mir das anzuschauen. Und ich werde da auf jeden Fall noch die Kamera wechseln. Und zwar werden wir diese nehmen, damit ihr nicht zu viel von mir seht, sondern mehr den Trailer. Und ich würde sagen, Leute, wir klicken jetzt drauf. Oh mein Gott, Fast & Furious präsentiert. Eie, es geht schon los, Leute. Es geht schon los. Wow, 118 Dislikes. Okay. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Aber ja, ich werde euch dazu meine ehrliche Meinung sagen. Also, ich kann euch schon mal eins vorweg sagen. Es gab auf jeden Fall im Hintergrund sehr viel Pallava. Ihr kennt wahrscheinlich Tyrese Gibson, beziehungsweise im Film Roman Pierce. Das ist der, sag ich mal, der immer so lustig drauf ist und so. Der hat privat mit The Rock richtigen Stress gehabt wegen dem Film. Weil er hat gesagt, ja, The Rock will das nur machen, damit er sich hier in die Hauptrolle setzt. Damit er damit nur sein eigenes Cash macht und so. Also, wir haben uns ja schon ziemlich intern gestritten. Und ich weiß nicht, ob die es so geklärt haben. Aber ja, wir werden uns das jetzt anschauen. Ich werde jetzt diesen Film, beziehungsweise diesen Trailer beurteilen. Ich hab Bock drauf. Ich hab Bock. Let's go. Ich handel mit der Zukunft des Planeten. Ich bin ein notwendiger Systemschock. Ich verkörpere die menschlich gesteuerte Evolution. Kugelsicher. Übermenschlich. Wer zum Teufel sind sie? Warte mal, aber Moment. Also, jetzt nur kurz, wo ich den Anfang sehe, ne? Man muss ja auch sagen, in den letzten Jahren Fast and Furious hat ja nicht mehr so viel zu tun, wie mit Fast and Furious es eigentlich gehabt hat am Anfang, ne? Aber jetzt, wenn ich vor allem diesen Anfang sehe, Digga, ich denke mir, jetzt kommt irgendwas mit Autos am Anfang. Aber jetzt kommt hier so ein Mensch, der unbesiegbar ist, Digga. Das kommt mir grad voll wie ein Superheldenfilm. Also, wenn ich dir so den Anfang jetzt beurteile, diese ersten Sekunden. Wir gucken aber weiter, Leute. Ich will jetzt auch nicht zu oft pausieren, weil es ist ja ein Trailer. Und Trailer sollte man wirklich eigentlich von Anfang bis Ende schauen. Gucken wir uns das jetzt mal weiter. Böse. Die Mission ist aufgeflogen. Wir brauchen Hilfe. Der Name unserer Zielperson ist Brixton. Er ist ein Phantom. Wir brauchen die besten Männer für den Job. Luke Hobbs. Ich bin wohl das, was die Leute als Arschtretter bezeichnen. ExDSS. Ihm kann niemand entkommen. Wir müssen außerhalb des Systems agieren. Deckard Shaw. Mich könnte man als Luxusproblem bezeichnen. Britischer Ex-Agent wurde kriminell. Kein guter Teamplayer. Wenn wir eine Chance gegen Brixton haben wollen, müssen sie zusammenarbeiten. Was ist das für eine Musik im Hintergrund, Alter? Der Typ ist ein echtes Arschloch. Der Rock Dwayne Johnson. Jason, Jason Stephan. In diesem Job kommt es auf Tarnung ein. Holy shit. Guck dich mal an. Ich versuche die Welt zu retten. Nur zur Info. Schon zum vierten Mal. Weil ich das wirklich gut kann. Sie haben keine Ahnung, womit wir es zu tun haben. Boah! Hobbs und Shaw. Sie wollen Krieg? Den können sie haben. Wisst ihr noch, wer ich bin? Auf drei! Sicher! Eins! Zwei! Drei! Okay. Ja, Bruder. Er rennt die Wand lang. Fuck you! Drei Stromstöße führen zum Tod. Bei Mr. Fish und Chips hier vielleicht. Du musstest ja unbedingt deine Klappe aufreißen. Ja, ich dachte, ein cooler Spruch wäre angebracht. Okay. Das war der Trailer, Leute. Boah, schwer, ey. Ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll. Also, ich fand den Trailer jetzt in Ordnung. Aber, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das Fast and Furious zu nennen, schwer. Keine Ahnung, es fehlt irgendwie, ne? Kein Vin Diesel dabei. Die anderen sind auch alle nicht dabei. Das ist irgendwie echt komisch. So, vor allem, man hat es schon gemerkt, seit Teil 7, wenn Paul Walker fehlt, einfach das Herz dieser Filmreihe fehlt einfach so. Ähm. Ja, ich bin mal gespannt auf die Kommentare. Ach du Scheiße, was ein Mist. Was ist das für eine Rotze? Das hat nichts mit dem eigentlichen Fast and Furious zu tun. Der Film hat leider gar nichts mehr mit dem originalen Teil rein zu tun. Sieht aber trotzdem interessant aus. Die Geldgeilen melken ja alles aus Fast and Furious aus. Traurig, was aus Fast and Furious gewollt würde. Rock'n'Roman Reigns. Fans hit like. Boah, nur Hate-Kommentare, ne? Ach du Scheiße. Where is Vin Diesel? Schreiben die Leute. Das ist alles aber kein Fast and Furious. King ist da nicht mal um Autos. Boah, Digger. Ja, Mann. Also, ich muss sagen, ich bin ein riesen Fan der Reihe. So, keine Ahnung. Es hat sich ja schon seit, nach Teil 5 ist das ja schon ein bisschen mehr so in diese Richtung gegangen, wo es mehr auf Action ist, mehr auf Dings. Aber auch Autos nicht vernachlässigt wurden. Aber ich fand jetzt, in dem Trailer hat man jetzt vielleicht ein, zwei Autoszenen gesehen. Aber das finde ich nicht, hätte man Fast and Furious haben. Vielleicht Hobbs & Shaw. Irgendwie sowas. Aber jetzt ohne Fast and Furious. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde es, ich finde es komisch. Also, ich bin jetzt nicht so begeistert davon, muss ich ehrlich sagen, Mann. Auch wenn ich ein riesen Fan bin, ich feiere auch The Rock und Jason Statham übertrieben. Kann sein, dass der Film cool wird. Aber dieser Typ, dieser Gegner, keine Ahnung. Was hat das damit zu tun, dass der irgendwie, er wird unbesiegbar so, keine Ahnung. Das ist für mich dann mehr so ein Superheldenfilm irgendwie, keine Ahnung. Aber ja, Fast and Furious 7, das war wirklich Action mit Autos und so alles kombiniert. Dann auch der Abschied mit Paul Walker, Fast and Furious 7 war krank. Ich fand Teil 8 auch bombenmäßig. Aber hier fehlen halt alle, ne? Keine Ahnung. Also ich, weiß ich, ich finde den Trailer jetzt nicht so geil. War ab und zu lustig gewesen. Aber ja, ich bin gespannt, was uns da erwarten wird. Ich bin gespannt, Leute. Ihr könnt mir auch gerne mal eure Kommentare in die Kommentare, eure Mahnung in die Kommentare schreiben. Lasst ein Abo auf diesem Kanal da. Ich verabschiede mich, Leute. Checkt doch mal Instagram aus, wenn ihr mich bei Fortnite unterstützen wollt. Wisst ihr ja, viel Fortnite 7, das supportet Creator Code. Ich bin raus, Leute. Haut rein und ciao.